Irgendwie, ne? Wir müssten das hier mal anders bauen. Keine Ahnung, ich verlaufe mich. Ich weiß es nicht. Ich finde es so blöd, mich hier so richtig zurechtzufinden. Ich gucke dann, also ich gehe raus und äh, wo, äh, ah, 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 weißt du? So ungefähr. So blöcke über die Bäume, damit wir nur noch die hunderknockigen kleinen Bäume haben und nicht so Monster-Baguette-Bäume, weißt du? Also der Server hat schon wieder diese Lecks. Ja, also es läuft jetzt nicht ganz flüssig, aber der Block wird bei mir nicht wieder hingesetzt. So dass man den zweimal abbauen muss. Ja, also die Server müssen sie unbedingt nochmal machen. Ganz dringend. Also ich glaube erstmal nicht, dass es unbedingt an unserer viel zu langsamen Leitung liegt, ne? Hm. Ich denke aber eher, vielleicht bauen die, testen die auch gerade was auf dem Server, weil der Spawn hat sich ja auch erneuert. Vielleicht machen die gerade was und das zieht ziemlich viel Ressourcen. Eben, dass sie wahrscheinlich neue Add-ons reingehauen haben und so. Erstmal testen, funktionen die überhaupt und wenn die dann funktionieren, hauen sie mehr RAM rein. Vielleicht laufen die auch gar nicht miteinander zusammen und dadurch gibt es dann Komplikationen. Man weiß es nicht. Müssen wir einmal komplett debuggen hier alles, aber ich bin kein Programmierer, habe keinen Plan von Java. Nee. Daher. Ja. Ist hier da oben noch Bäume. Also Baumstämme im Baum. Das ist natürlich super. Baumstämme im... Ah, scheiße. Ah, ja. Ey, ich bring schon mal Äxte mit, ne? Weil meine ist jetzt so gut dahin. Bin ich runtergefallen. Ah, ah, ist das kacke. Und wieder neu hoch. Nur wegen diesem Baumstämme. Ich nehme noch einmal eben was zu futtern müssen, ne? Weil wir so als hart arbeitende Arbeiter, ne? Da müssen wir doch schon ordentlich was zu uns nehmen. Ach, so ein Beruf als Hotel oder wie heißt es? Also ich bin ein Hotel als Beruf, weißt du? Nee, als Beruf Hotel oder Restaurant Hotel, das wäre geil. Das meinst du? Ja. Du kriegst es bezahlt und kannst dich noch vollschlemmen oder kannst dich nicht erholen halt. Stimmt. Allerdings, es ist ja auch nicht so, dass du da wirklich nur die ganze Zeit so am Pool liegst, denke ich mal, ne? Und du musst ja auch dabei wirklich schon arbeiten. Nee, wenn du Hotel testest, dann musst du da ja eigentlich nur... Ja, du musst das alles aufschreiben und zumindest mal gucken, wie ist das hier mit der Hygiene. Nee, du musst, glaube ich, am Ende nur einen Fragebogen oder so was oder so einen Bogen ausfüllen. Oder halt einen Bericht schreiben. Ja, dann machst du das mal. Ey, wenn du das öfters machst, dann geht das ja auch. Ja, doch. Meinst du als privater Hotel-Tester oder wirklich als richtiger, heftiger, weißt du? So, dass man halt sich da irgendwo anmeldet und dann so sagt, also gesagt bekommt hier im Monat geht es da und da hin, ne? Sag deinem Arzt über Bescheid. Oder meinst du jetzt wirklich, dass seitdem oder Reisebüros oder keine Ahnung, dann noch wirklich die eigentlichen Arbeitgeber sind? Ich glaube, ich würde es lieber privat machen, weil nur in einem Hotel rum, würde ich mir, glaube ich, nicht so toll finden. Würde ich mir nicht so toll finden. Würde ich mir nicht so toll finden. Dies ist properdeutsch. Genau, dies würde ich nicht so toll finden. Hier müssen wir unbedingt irgendwie nochmal mit Sand auffüllen oder so. Ja, warte. Ich finde es hier ein bisschen doof, da rennt man dann immer gegen. Warte. Irgendwas müssten wir hier mal machen. Ich mach mal was ganz kurz. Sind die Bomben jetzt eigentlich alle, äh, abgebaut? Ich hoffe mal, dass die jetzt gleich... Da oben wird wahrscheinlich noch was sein, weil so viele Blätter sind. Da ist noch einer. Boah, jetzt geht die Fackel hier nicht weg. Und, ich glaube, das war's. Das war's. Gut. Ähm, dann hol ich mir einmal Blöcke. Vorzugsweise irgendwas nicht steiniges, oder? Ja. Ich denke mal, Slaps werden's. Eichenholzstufe. Da haben wir noch 49 von. Nehme ich die doch gleich mal. Irgendwas zum Hochbauen. Blätter, die gehen schnell weg. Weg da, okay. Gut. Machen wir mal neun Blöcke, oder? Ja, ich hab... Ich hab nicht geguckt, ne? Aber... Probieren wir's einfach mal. Ich weiß ja nicht. Mach's erstmal bei dreien, okay? Ja. Obwohl, oder mach's erstmal bei einem, so in der Mitte. Und wir pflanzen auch erstmal nur ein Zeppling an. Können wir genauer gucken. Ja, eins, zwei, drei... Vier, fünf, se... Wo ist denn noch ein Stück Holz? Noch so viele Blätter? Bis jetzt hab ich grad noch ein paar Legs. Das ist ein bisschen kacke. Ich hoffe, das wird in der Aufnahme nicht so sein. Aber... Das ist jetzt nicht so schlimm. Und? Du hast ja was Knobliges bestellt. Genau. Wahrscheinlich krieg ich heute die Versandbestätigung erst. Also heute ist Sonntag. Ne, Samstag. Samstag. An dem Tag. Und da er morgen nicht die Post ausliefert, wird es wahrscheinlich jetzt Montag passieren. Aber Montag in der Früh. Und dann wird wahrscheinlich Montag die erste Aufnahme schon irgendwie mit der Grafikkarte sein. Genau. Und ich hasse dich, weil du hast ja eine bessere Grafikkarte als ich. Ja. Also an sich sind ja die R9 270X und die GTX 660 absolut vergleichbar. Allerdings hast du ja dir die 4 GB Version bestellt. Genau. Ich hab nur zwei. YouTube Money. Nein. Nein. Da fließt so nix. Aber, ähm... Werden wir sehen, ne? Welche Grafikkarte schlägt sich besser? Fakt ist nur, beides sind gute Karten. So. Weiter geht's. 6, 7, 8, 9. So. Heißt, auf diese Stufe hier. Dann einmal. Genau. Wir haben ja hier unser Schaf. Das könnten wir ja eigentlich mal. Der eine. Dann ist das Rasanter Schaf, äh... Transport oder was? Ne, dann könnten wir ja mal... Ne. Äh, ich meine jetzt... Dann könnten wir ja eigentlich mal farmen. Nein. Farmen, wenn das... Ja, genau. Vom Schaf. Warum hast du hier unten eine scheiß Blöcke weggepackt? Weiß ich nicht. Bis runter gefallen? Ne. Achso. Jut. Ich hab das jetzt bei 3 erstmal gemacht, weil... Probieren wir es, ne? Das war so knapp, ne? Das glaubst du nicht. Oh, hier sind so viele Sachen. Ja. So, ähm... Slash... Telefon rein. Geht. Nein, leider geht das nicht. Scheiß Server. Bist du jetzt selber gestorben? Ja. Ja. Nein, bin ich nicht. Achso. Also, in Vanilla ist es glaube ich so, dass wenn du den... Wo ist es? Dann ist das in Vanilla. Standard Vanilla, wenn du den Kill eingibst. Und ohne... Halt Plugins oder so, das machst du dann... Ja, das... Das versteht man unter Vanilla. Weißt du? So ohne Plugins, das ist normalerweise Vanilla. Also Vanilla Ice und da ist ja auch keine Kirsche mit drin. Du hast in der letzten Folge Saplings mitgebracht von anderen Bäumen. War das nicht so? Ja. Hab ich. Und wollten wir die mal bauen? Dann könnten wir nämlich das ganze... Dann haben wir nämlich nicht immer dieses ganze Eichengut hier. Ja, ich nehme mal Fichten, Akazien und Birken mit, weil Tropenbäume sind so ein bisschen zu groß gerade. Ehe, dann können wir das doch gleich mal testen, da mit dem Baum. Eben. Aber Tropenbäume werden ja zu groß. Ja, aber das mit den neuen Blöcken können wir doch dann mal testen. Ja. Mach... Was glaubst du, was wir gerade machen? Achso. Achso, achso. Hab ich gerade gemacht. Haben wir Knochenmehl? Ich guck mal ganz kurz, sonst müssen wir mal ganz kurz in die Mobform gehen. Musst du mal ganz kurz in die Mobform gehen? Nee, ich glaub das ist nicht so eine gute Idee. Ja, okay, komm. Wir müssen generell die Mobform ein bisschen umbauen, weil das bisschen chill das Kacke. Die fallen ja nämlich nicht gleich runter. Ah, flöten. Äpfel, ja da, okay. Äh, wo ist die Toast? Irgendwie, ne? Wir müssten das hier mal anders bauen. Keine Ahnung, ich verlaufe mich, ich weiß es nicht. Ich finde es so blöd, mich hier so richtig zurechtzufinden. Ich guck dann, also ich gehe da raus und äh, wo, äh, äh, ah, da, ah, ah, da, weißt du? So ungefähr. Echt? Da. I mean this is serious. Ey, das ist doch so leicht. Also ich weiß jetzt nicht, was du hast. Ganz im Ernst, ne? Kürbisse baust du am besten mit einer Axt ab, ne? Bäm, Junge, ich bekomme jetzt hier gesagt, Bäm ist verboten, ne? Und der eine darf, äh, mach jetzt die ganze Zeit, auf welches Island kann ich, auf welches Island kann ich, auf welches Island kann ich, auf welches Island kann ich. Ich wollte jetzt gerade, äh, ich wollte jetzt gerade, äh, ich hab dir jetzt gerade auf keine eingegeben, ne? Machst du T, Pfeil nach oben, Enter, ne? Sag dir mal dann, Spam ist verboten. Äh, das Leben ist nur fair. Und das ist damit auch. Warum sollte jemand Erde verschenken? Ja, das ist kostbar. Lötis, die kostet 1, 10 Stück kosten 1 Mark. Achso. Ja, nee, hast du hier gerade Zuckerrohr gefarmt? Ja. Weil hier hast du eins zu viel abgebaut. Das war schon so. Ja, ja, ja. Ja, das war doch schon so. Okay, dann glaub ich dir das mal. Ja. Und das Vertrauen ist ja das Wichtigste, das A und O. Genau, und das O und das A ist nicht Vertrauen. Äh, was, ähm, auf jeden Fall, was wir nochmal machen könnten, ist, ist, dass wir mal diesen ganzen Steinbau-Stil irgendwie lassen, ne? Also so von den Inseln her gefällt's mir, ne? Ja. Aber wir haben viel zu viel Stein. Bei uns ist alles nur aus Stein, okay, ne? Also ich hab... Es ist einfach am letzten zu bekommen, ne, aber... Ja, ja, Holz haben wir jetzt auch wieder am On-Mask. Ich will das Ganze hier zum Beispiel in den Spawn oder auch den, äh, unser Lager. Das hab ich ja schon etwas verschönert, aber das kann man noch anders, also noch besser machen, indem wir noch andere Holzarten nehmen oder so. Weißt du, was wir hier beim, äh, bei den Kakteen machen? Die hauen da, äh, komplett Sand rein. Das sieht besser aus. Wir machen das ein bisschen thematisch, weißt du? Nee, aber so, so ein Mix aus Holz und Sand. Ja, klar. Nein, also ich fänd bei den Kakteen jetzt nur Sand am besten, glaub ich. Nur Sand? Ich weiß ja mal ausprobieren, ich hol gleich mal welches. Haben wir unten noch eine Schüssel liegen? Weil du hast meine... Hast du noch meine Schüssel? Ja, äh, nee, die hab ich in die Kiste gelegt. In die sonstige Kiste. Ich hab nämlich Hunger, weißt du? Denn die Zeitzonen sind für uns alle Neulandkiste. Essen. Vielleicht auch noch essen. Und die behält ich. In der Zeit fahren mich schon mal die andere... So zwei neue Bäume, die gerade gewachsen sind. Ähm, Szenen, Sand kosten doch ein Smuggi, oder? Ja, ein Smuggi. Eins. Boah, wir besser mit Smuggi. Nein, ähm. Guck mal, wie viel wir hier brauchen ungefähr. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wäre ganz interessant, wenn das mal funktionieren würde mit den Blöcken da drüber. Wir brauchen 24 Blöcke. Dann machen wir doch einen Mix. Aber der Holzanteil ist deutlich kleiner als der Sandanteil. Okay. Aber ich muss schon sagen, was ich am neuen Spawn hasse. Wirklich hasse. Die Wege sind richtig heftig lang. Und du hast keine Boostplatten da. Weißt du? Achso, achso, achso. Ich dachte jetzt bei uns, hä, ich gehe gerade zum Spawn, unserer Insel, und wundere mich, hier ist aber alles normal. Ja, nein, aber das ist wirklich... Ich habe mir den Spawn noch nicht so richtig angeguckt, weil... Äh, ja... Ist alles leer? Noch nicht die Zeit und... Bin ich jetzt gerade zum Fallschirm gegangen? Das ist nur ein leeres Verkaufsstände. War gerade ernst gemeint. Okay. Das ist nicht so. Ich weiß, das ist sowas... Äh... Bald, ne? Der Zweite vielleicht kommt. Aber erstmal ist sie nix. Und Lecks. Die sind aber hier. Ja. So. Löschen, was ist das hier? Das kann man zu? Nein. Oh. Äh. Jetzt runter. Lassen. Mach's natürlich Sprung. Das ist natürlich super. Das ist hier, ey. Ja, aber so schnell... Ich hatte natürlich Reflexe, und deswegen habe ich das ganz schnell eingegeben. Äh, mehr oder weniger, aber nicht. Jetzt länger. Äh. Jetzt muss ich noch so ein Spawn... Waypoint löschen. Waypoint. Delete. Delete. Ich hab... Ich hab mir hier ein paar Mods drin, wie Inventory Tweaks, und sowas. Und Updefine, und eine Mini-Map. Du hast ja auch direkt Too Many Items, ne? Ja, ich hab auch eine Mini-Map drin. Ich spiel, wie gesagt, komplett Vanilla. Weil ich einfach... Ich mag dieses... Was jetzt... Ich weiß nicht, welche Version das kam, ne? Oh. Oh, 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 oh. Uh. Oh, Yoshi. Yoshi. Ja? In unserer Farmkiste haben wir genug. Da haben wir ein Stack Zuckerrohr, ein Stack Potato, also Kartoffeln, ein Stack Kaktus, also Kakteen. Und... Ach, ich wollte schon Melonen verkaufen, aber ne. Geht da leider nicht. Ja, das ist schon... Kann man jetzt nicht verkaufen, oder? Stepplinger, ne, glaub nicht, ne. Das wär... Das wär nochmal richtig nice gewesen. Und ich seh gerade... Weil die kannst du verbrennen. Ja, stimmt, das ist auch ein guter Erfolg. Ich seh gerade, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ein bisschen. Ein bisschen. Hm. Ein bisschen. Fünf Minuten. Und deswegen... Ja. Erst 20 Minuten? Ne, ist es 15. Ach so. Ach so, okay. Eher lieber ein paar kürze Folgen als zu lange. Und deswegen beenden wir auch diese Folge mit unserem tollen Pikachu. Pikachu heißt der. Pikachu. Hast du dir selber ausgesprochen? Pikachu. Ja. Pikachu. Okay. Dann beenden wir auch die Folge. Und dann hoffen wir, ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu. Und ja. Dann tschüss. 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 Puh. 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 Puh.